Leute, ich flehe euch einfach nur an. Bitte, abonniert diesen Kanal. Peace! Denn ich habe mir durchgelesen, wann denn man Livestream kann. Und da stand, ab 50 Abonnenten, wenn man unter 13 Jahre alt ist. Und ab 13 Jahre braucht man 1000 Abonnenten. Deswegen smash diesen gottverdammten Abo-Button bitte, damit ich noch was machen kann. Ich poste sogar jetzt noch live in einem Video einen Beitrag. Abo! Please. Hehehe. Scheiße, das muss ich glaube ich rausschneiden. So. Beep. Keine ein Bild und starte einen Wettbewerb für die beste Bildunterschrift. Und übrigens danke für 15 Abonnenten. Mir ist das eben gerade erst aufgefallen, Schande über mich. Bitte trotzdem abonniert auf zu 50 Abonnenten, please.